Meine Gedanken sind besonders, dass sie die ersten zwei Gäste vor uns gewonnen haben und wir reagieren. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß, dass es nicht einfach für uns war, aber wir reagieren. Ich denke, dass wir nicht sehr gut spielen, aber wir kombatieren und wir kämpfen. Ich denke, dass wir das letzte Gäste nicht analysieren können, weil wir das letzte Gäste nicht machen können. Aber ich möchte das ganze Spiel über die Reaktion analysieren, weil das erste Gäste war sehr schnell. Ich denke, dass die Spieler versucht, die Spieler fahren, sie sind sehr leid. Ich bin sicher, dass wir bereit sind für das nächste Gäste. Weil ich denke, dass wir ein anderes Gäste haben, dann ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, dass wir immer noch leben und wir versuchen, sicherlich zu Hause zu versuchen. Es scheint, dass deine Leute sehr motiviert wurden. Also, dass sie ein paar Malen, zwei Malen und zwei Malen zurückgefallen wurden. Ja, aber ich sage dir, dass in dieser Art und Weise, in der Tournament, die Spieler waren manchmal manchmal überwärts. Also, sie mussten reagieren. Und sie haben das gemacht. Ich fühle mich sehr stolz darauf, weil es manchmal von der Bench ist es schwierig. Es ist schwierig, sie zu pushen. Die zweite halbe, die ersten 20-25 Minuten waren für uns. Aber wir haben viele Möglichkeiten, besonders bei der Lange. Wir sind am Ende des Spiels. Es war schwierig. In zwei, drei Minuten können wir uns beenden. Aber wie gesagt, vielleicht ist es nicht das beste, zu verlieren. Aber wenn man verliert, vielleicht ist es das beste, zu reagieren. Und sie müssen wissen, dass wir im nächsten Spiel beginnen müssen. Das ist von Anfang. Es ist kein Zeitpunkt. Und wir müssen uns reagieren und zeigen, wie wir spielen. Denn in der Liga sind wir am Anfang. Und wir haben gegen sie drei, vier Tage vorhin gewonnen. Und das ist eine Realität. Und wir müssen es akzeptieren. Aber wir müssen nachher schauen, um zu gewinnen.